Der Startschuss fällt, die Läufer wuseln über die Bahn und am Ende steht ein Weltrekord. Der Japaner Hideki Kihi Miyazaki hat ihn aufgestellt, in 42 Sekunden über 100 Meter. Seine Klasse 105 Jahre und älter. Dennoch zufrieden ist der frischgebackene Weltrekordhalter nicht. Im Training habe ich die Strecke in 36 Sekunden geschafft, aber hier auf der unbekannten Bahn und mit der Aufregung, da war das schon sehr schwer. Nicht zu Unrecht heißt der Japaner Golden Bolt, in Anlehnung an den jüngeren Weltrekordhalter über 100 Meter. Die Pose hat der Senior schon einmal drauf. Die Zuschauer sind begeistert. Als ich jünger war, bin ich auch gelaufen und ich mache es auch heute noch. Aber mit 105? Ich frage mich, ob ich dann überhaupt noch lebe. Andere Disziplinen interessieren den nur 153 Zentimeter großen Japaner ebenfalls. Womöglich sind von dem rüstigen Senior noch einige andere Weltrekorde zu erwarten.